Wir sind hier in Ljubljana, Slowenien für die Sommer-Universität. Im Momenten haben wir in der ganzen Europäischen Union geschehen, mit dem conservatorium, mit der extrem-direktoren, mit den Reihenfolgen, mit der Arbeit regeln, auch mit der Klimaschutzpolitik, mit dem Problem der Krieg. Ich denke, hier gibt es eine Plural-Universität, in dem die Organisationen, die beschäftigt in diesen Krieg, können, was sie zu tun haben, was sie zu tun haben, was sie zu denken. Was ich denke, dass es großartig ist, über diese Sommer-Universität, ist, dass wir mit so vielen verschiedenen Menschen von all around Europa, und ich finde, dass wir nicht alleine sind. Wir haben eine Herausforderung, um zu verbessern, in unseren Ländern zu bekommen. Ich denke, als Volontär, dieses Weekend war sehr inspirierend. Es war ein Glück für mich, als Cuban, zu sein, mit Ihnen, zu sprechen, mit den jungen Menschen von der Europäischen Seite in diesem Raum. Und dass es ein Raum ist, mit dem Gespräch und Gespräch, mit dem Gespräch. Was kann man damit, um die Krieg zu Ende der Krieg? Wenn ich die richtige Antwort auf diese Frage wäre, würde ich sicherlich werden, für den Nobel Prize für Frieden. Die Fronten zwischen der droite und der extrem-droite ist, und wir sehen es, in vielen anderen Ländern. Für uns die Herausforderung ist, zu demonstrieren, diese convergence von der droite und der extrem-droite, die auch im Europäischen Parlament. Ja, so I think it's a really great start to have this opportunity right here in the Summer University, especially in Ljubiljana, because I think it's a really beautiful city.